Herzlich Willkommen Der Fragetyp Multiple Choice Dieser Fragetyp erlaubt die Auswahl mehrerer Antworten aus einer vorgegebenen Liste. Vergeben Sie zunächst den Fragetitel. Diesen können später nur Sie als Lehrperson einsehen, nicht aber die Studierenden. Aussagekräftige Titel helfen Ihnen später bei der Gestaltung Ihrer Prüfung. Fragen leicht wiederzufinden. Im Feld Fragetext erfassen Sie die Fragestellung für die Studierenden. Bestimmen Sie, wie viele Punkte für die Beantwortung der Frage erreicht werden können. Das Feld Allgemeines Feedback können Sie leer lassen, es sei denn, Sie möchten, dass die Studierenden eine allgemeine Rückmeldung nach Beantwortung der Frage erhalten. Das allgemeine Feedback reagiert nicht darauf, ob eine Frage richtig oder falsch beantwortet wurde. Legen Sie fest, dass mehrere Antworten gewählt werden können. Bestimmen Sie, ob die Antwortmöglichkeiten gemischt werden sollen. Achtung, diese Funktion wird nur dann aktiviert, wenn Sie auch bei den Testeinstellungen die Funktion Antworten mischen wählen. Im Bereich Antworten geben Sie nun mögliche Antworten ein. Stellen Sie bei Bewertung unter den Antwortmöglichkeiten ein, welche richtig bzw. falsch sind. Beispiel Die richtigen erhalten als Bewertung 50% ergibt 100%. So verhindern Sie, dass Studierende, die alle Antworten auswählen, Punkte für die Frage erhalten. Lassen Sie die weiteren Punkte außer Acht und klicken Sie auf Änderungen speichern. Sie können die Frage in einer Vorschau testen, ob alles richtig eingegeben wurde. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017